Powerbanks gibt es in verschiedenen Größen. Klein, groß oder auch mal ein Zwischending. 2017 kommt eine weitere Form dazu. Mixer. Ja, richtig gehört. Dieser Mixer ist auch eine Powerbank. Die Idee ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Mixer sind an sich an die Küche gebunden, da für den Betrieb eine Verbindung mit der Steckdose nötig ist. Kuka, Kuka, Kuka ändert diesen Umstand und lässt euch überall Detox-Smoothies mixen und trinken. In der Bahn, im Büro oder auch nach dem Sport auf dem Sportplatz. Damit es losgehen kann, muss der Mixer erstmal vollständig aufgeladen werden. Aufgrund seiner Größe passt gerade mal genug Obst für einen Smoothie in das Innere. Wer also gern mal in der Pause zwei Säfte wegsnackt, darf gleich zweimal hintereinander mixen. Die Bedienung ist dafür kinderleicht. Man öffnet den Deckel und füllt das gewünschte Obst oder Flüssigkeiten wie z.B. Milch ein. Der Deckel wird wieder geschlossen und der Mixer über den Button an der Unterseite aktiviert. Nun verrichtet der Mixer seine Arbeit und bereitet einen hoffentlich leckeren Saft zu. Probeweise machen wir mal ein Detox-Drink mit Banane. Dafür nehmen wir zwei Bananen, schneiden diese klein und fügen ca. 100 Gramm Salat sowie 250 Milliliter Wasser hinzu. Mit einem dauerhaften Druck auf den Button werden die Zutaten zusammen gemischt. Raus kommt in diesem Fall ein sehr grüner, aber trotzdem leckerer Smoothie. Während dem Mixen ist der Quokka nicht unangenehm laut. Es ist ein bisschen schwer das fair darzustellen, aber hört selbst. Selbst im Fitnessstudio sollte das niemand nerven. Bei den Smoothie-Kreationen könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Egal ob Detox-Smoothie oder leckere Grundlage für einen Cocktail. Alles ist möglich. Bitte überprüft zunächst immer, für wie viel Milliliter euer Rezept ist, damit der Mixer nicht überfordert wird. Mein eben genanntes Rezept musste ich auch ein bisschen downscalen. Wenn man dann doch mal merkt, dass noch Platz im Mixer ist, lassen sich immer noch Früchte dazulegen. Während dem der Smoothie genossen werden soll, muss der Powerbank-Teil nicht unbedingt am Mixer bleiben. Für unterwegs heißt das, den Smoothie einfach zu Hause oder auf der Arbeit mixen und den Battery-Bank-Teil daheim lassen. Bevor ihr den Mixer in Einzelteile zerlegt und alles komplett reinigt, könnt ihr den Behälter vorab mit Wasser füllen und dieses mixen lassen. Nach ein, zwei Mal ist das Gröbste bereits entfernt. Gerade im Zusammenhang mit dieser auch von Quokka vorgeschlagenen Reinigung ist es eigentlich ein bisschen ärgerlich, dass die USB-Ports nicht durch Schutzplastik oder ähnliches geschützt werden. Übrigens, den Deckel dabei wirklich gut zumachen, sonst gibt es eine kleine Sauerei in der Küche. Wie eingangs erwähnt, befindet sich im Inneren des Mixers eine 4000 mAh Powerbank. Die Powerbank lässt sich über USB laden. In Frage kommt hierfür zum Beispiel euer Smartphone-Ladegerät oder der PC. Quick Charge Technologien sind natürlich nicht mit an Bord. Die Verpackung des Mixers verrät, mit dem Quokka kann man verdammt viel anstellen. Vom Ventilator bis hin zum USB-Licht. Die Einsatzmöglichkeiten für die Powerbank im Inneren sind groß. Leider werden die teils lustigen, teils praktischen Zubehörteile nur einzeln verkauft und nicht im Set mit dem Mixer. Glücklicherweise liegt hier schon einiges an Zubehör herum. Sicherlich ein nettes Extra wäre der Kühlbag, der sechs Stunden dauerhafte Kühlung verspricht. Wenn die Flasche zu klein ist, bietet der Hersteller auch eine große Saftflasche für den Mixer an. Leider findet sich das Zubehör weder auf Amazon, noch auf der deutschen Seite des Herstellers. Neugierig geworden? Auf Amazon geht's aktuell ab 135 Euro los. Etwas günstiger liefert Quokka selbst. Ihr habt noch Fragen zum Mixer? Dann ab damit in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von der NerdBench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn, für die NerdBench.